herzlich willkommen zurück bei life is strange in der letzten folge sind wir in die vergangenheit gereist sind wir in die vergangenheit gereist haben chloe alles erzählt haben dadurch die die zeit verändert und sind nun wieder in so ein wieder beim in der nähe des sturms gucken was uns hier erwarten wird ich sehe das die real max ist back so how was your time trip dude oh you're alive you're alive both of us i did so much to bring you back it worked actually worked you're with me again looks like even fate doesn't want us apart and travel through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over i hope it was worth it but i don't blame you for wanting me out of your life after all my drama come on i'm the official drama king and queen of arcadia bay this week just look at what my powers have caused in just a short time time warrior even if you weren't you're kind and caring nobody could have a better best way nobody you didn't ask for any of this to happen but it did you need to accept how awesome you are maybe i willed it subconsciously i always wanted my life to be special an adventure but not without you and it didn't happen until i moved back here so without you my powers wouldn't even exist than for whatever scientific mystical reason that we'll obviously never figure out we were meant to be together at this exact moment in history i have to think that rachel was somewhere behind the scenes fighting for justice i'd like to think that too we all owe rachel amber now tell me everything that happened you you remember right well we we left the party and made sure jefferson couldn't find us for once i was glad i lived in an actual fortress then the storm got hella crazy and you said we would be safe at the light of us chloe look the storm is getting bigger now and it's coming closer i can't even believe this is real this is happening because of me stop it as a stop beating yourself up okay we've both paid our dues already on it god look at that look at that monster who knows this could be rachel's revenge our revenge the lighthouse is out of the way of the tornado come on chloe i've got your back black out alfred hitchcock famously called film little pieces of time i'm back in class what the hell these pieces of time can frame us in our glory i have to listen to this jefferson lecture again this might be hell now can you give me an example of a photographer okay this is messed up am i stuck in a time loop anybody that's you alert diane arvis be calm and don't freak out yet because of her images of hopeless faces you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children she saw humanity is tortured right and frankly it's bullshit wait what's going on nobody even cares seriously though i could frame anyone of you in a dark world and capture you in a moment of desperation everybody's gone now have i totally fucked up time what's going on this doesn't make sense what's going on what's going on that's too creepy what's going on what's going on i want to die not yet you bastard you didn't die kate you're alive you're alive was das jetzt eingekritzte nachricht wenigstens ist das noch das was es mal war ich habe mich das me are you kidding bin ich das holy shit look at all these dead birds alle vögel sind tot this can't be real was ist hier los was haben wir angerichtet hier waren doch früher der wald mit dem rachel didn't deserve any of this rachel didn't deserve any of this rachel didn't deserve any of this bild mit uns also mit chloe und mia oh no der leuchtturm wurde zerstört warum sehe ich gerade so einen komischen blick ich werde nicht das bett nehmen ich werde nicht ich sehe dich max caulfield warum plötzlich warum plötzlich ich wollte nur wissen ob du den rest des Lebens in meinem darkroom dein Purity inspiriert mich so viel und wir können so glücklich sein wer braucht selfies wenn ich dir portraiture was ist das für eine komische liebe sie mag ich erfassen unsere dunkelkammer meine selfies danke dass sie hä was sind das so antworten jetzt bitte ich selbst danke dass sie chloe getötet haben aber ich habe sie drüben der dag die du will Ich liebe dich, Herr Jefferson. Call me, Mark. Wir müssen uns auf die Zeit spielen. Wir haben... ...wastet. Especially, since... ...nobody left in dein Leben. Ich liebe dich auch, Max. Das ist weg. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht. Meine ganzen... Selbst das ist kaputt. Ich habe ein Nico-Foto vergessen. Ich weiß. Das muss man dann wieder nachholen. Ich veränder dich das mal. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Ich gehe zur Tür. Sie realisiert gerade, dass sie nur diese Sachen hat. Dass sie etwas läuft. Meine Sophie sind schade. Ich muss mich von einem echten Artikeln beantragen. Ich bin nur ein Poser. Ja. Du wirst dich für mich beantragen. Für mich. Es gibt so viele Angeln, die ich euch mit der Welt empfehlen möchte. Ich hoffe, dass du nicht mit Niedeln oder Duct-Tape interessiert. Was ist das? Ich bin echt jetzt... Das ist echt creepy gerade. Gehen wir durch. Ich will mich beichern dazu. Was ist das? Ich komme hier gerade vor, als ob ich kurz vor irgendeinem Ritusch stehe. Ich habe nur noch die Musik dazu. Da steht... Und da ist es Kate. Ich bin hier dran. Ich bin hier dran. Du wirst. Ihr habt ihr sehr üblich. Hey Kate, Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are you? You never understood me, or what happened to me. My family will never leave me alone, and that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Ach, das ist ein Traum. Ich schätze mal. Nein, geh nicht, Kate. Kate. Langsam realisiere ich es, was es damit auf sich hat. Ich glaube, ich verstehe es langsam. Da geht es nur noch tiefer. Wieso habe ich mich für diesen Weg entschieden? 219 ist meins. Wieso? 217 ist Stella. Das ist Stellas Raum. Schon wieder hier. Mein Raum ist hier. Wo gehen wir jetzt rein? Also 17 ist es nicht. 23 gehen wir mal rein. Ist 23 das? 24, 17, 18, 23. Da sind wir schon wieder dort. Gehen wir auf Toilette. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen bei uns rein. Wolltest du eben noch mal austesten. Unser Raum ist 19. Okay, dann gehen wir bei 19 rein. 18. Toilette. Schlüssel. Für was? 18. Wir gehen aber jetzt bei 19. 22, 21, 19 ist unser. Wir gucken, ob es das richtig ist. Oh nein, da müssen wir in 18 rein, weil wir den Schlüssel gefunden haben. Langsam wird es komisch. Hä? Was ist das? Was ist das? Wo geh ich denn jetzt rein? Wieder mal creepy, oder? So, das tut auch nicht. Geh ich in die 20 rein. Zumindest will ich wieder rein, ja. Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. 22. Ich hab' Schlüsse für dich. Es macht eine Wahl hier draußen. Echt gut. Immer wieder bei so einem 2. Sind näher dran. 23. Ich dachte, ich hätte das T rausgefunden. Ich bin irgendwie nur 18 wieder. Einfach durch meine Tünen die ganze Zeit laufen, glaube ich. Ja, 24. Wo bin ich jetzt? Warum bin ich plötzlich? Warum bin ich jetzt plötzlich? Warum kann ich mit ihr die Zeit tun? Was war noch mal ihre Roma? Warum bin ich plötzlich sie? Das ist echt gerade kaputt. 21. 21. 21. Wieder ich. Was ist denn das? Sind das etwa alle meine Bilder, die ich in die Wand gehangen habe? 19. Das ist jetzt mein Raum. Alles in meine Räume. Alles in meine Räume. Aber das ist mein originale Raum. Jetzt wird noch ein Plan. 20. 50. Ja, ich hab noch das nie gedacht. Pониisten. Einfach wow jetzt ist dans, wie der Vater ist. Ich kann mich ganz Solo. Da wird vielladen aus dem Land буквiert Noten agieren. 21. 25. 皆 ich prob ei Clang! Es wird alles begann, aber nur rückwärts. Ja, wir auch. Es wird alles gekämpelt. Ich muss es immer auf das Kabel in die Kabel aussehen. Und ich darf es auch nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich möchte es nicht sagen. Ich möchte es nicht sagen. Ich mache es nicht. Ich muss es nicht sagen. Ich würde es nicht sagen. Okay now we're over here. I think I will actually sell it. Whoa, come here. I'll probably have to sell it soon. I need to let you in there, eh? Fair, fair. I have to sell it. See it. I have to sell it. I have to sell it. I have to sell it. Sell it. I will leave you. It's really great. Bleib! Bleib! Näher ein Territipp. Dennoch betreten. Und dort begann alles... ...mit... warum... Don't try to hide, Max! Get over here! Let me capture you! Jefferson is coming after me, thanks. You used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please... Please understand, Max. The only place I can be myself in... ...is in the darkroom. Oh, Max! You used to be so pure, so innocent. Now... ...you have to die. Please understand... Hey... Oh, Max! Oh! Oh! Please understand, Max. The only... ...place I can be myself here... ...is in the darkroom. What... happened... ...to your spark, Max? I thought I could be your professor... ...for life. Where do I have to go? Where do I have to go? I don't know where I have to go. I realize now... ...you'll never be an artist. Much less... ...a photographer. Come here, Max. Class is dismissed. I miss those days when you looked at me in class with those wide eyes. I want to be your professor again. I can teach you so much. Okay. Look into the... Max! Look into the lens, Max. Turn right. Now left. Show me the love... ...and the hate. Don't... Don't... Don't try to hide, Max! Get over here! Let me capture you! Max! ... ... ... ... ... ... Oh, Max! 2. 2. Hier, dat kan ik niet licht, ja, geloof ik. 2. Hm, hm. Kommen wir mal kurz Zeit mal zu lesen. Du hast alles versaut, alles, wie oft muss er von deinen Augen sterben. Vielleicht solltest du dir ein richtiges Hobby suchen. Such meine Katzenfotos bitte. Mein Herz ist gebrochen. Mach einen Surffilm. Ja, dir gleich gehen. Lass uns alle zum Leuchtturm gehen. Worm willst du alle umbringen? Was haben sie dir getan? Mobber. Ja, da, 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 da. Ich bin ja noch alles so viel, aber ich muss zum Leuchtturm, ja. Irgendwie muss ich zum Leuchtturm kommen, aber wie soll ich bitte zum Leuchtturm kommen? Ah, hier vielleicht. Hey! Lass mich mal bitte in Ruhe. Ja, so komme ich nicht zum Leuchtturm. Oh, Max! Was? Wie soll ich zum Leuchtturm kommen? Da sind Steine, aber ich kann diese Steine ja nicht benutzen. Ist er weg? Ich kann sie nun hierher raus, aber ich kann sie weg. Das ist einfach auf der Leuchtturm. Ich kann sie weg und leuchten, aber ich will das Leben zurück. Da war ich Sie zu, dann wundern. Und dann ILCH. Sie wundern. Ich kann sie zu, wie ich auf der Leuchtturm her schwarzen, Wir schwarzen das Leuchtturm. Ich kann sie unterblennen. Das Licht des Leuchtturms 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 Aber ich bin nicht hier sicher. Wo sind wir hier angekommen? Das ist okay, gut. Zumindest habe ich einer. Natürlich, das ist wo Chloe und Rachel aus der Welt entfernen. Aber ich kann nicht lange auszunehmen. Whatever Realität ich bin, fühle sich wie ein schlechtes Traum. Am ich einfach nicht lernen, meine Sprache? Vielleicht ist deine reale Sprache zu gehen, aus diesem Ort. Also, keine Angst, Max. Lasst sie, die Angst haben, von dir. Genau. Das ist ein guter Wutfruch. Dann stehen wir nun auf und retten. Der Leuchtdruck ist hier vorne. Ne, mit. Wenn ich jetzt mal noch Flaschen sammeln habe. Das ist ein guter Wut. Das ist doch so schön. Ich bin jetzt schon mit dir gef ères. Das ist schon mal etwas. Max! Wenn jetzt wirklich diese Flasche hier... ...so Lüetten... Da wieder eine Bank! Hinterzu! Die Folge wird heuchhoch ablaufen! Es schneit! Was ist der Ort, wo ich... ...wie ich glaube ich zusammen am Leuchtturm saß? Made in... Schneekugeln... Da ist ja... Ich bin jetzt hier in der Schneekugel... Hallo! Hey honey! Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max! We're all going to work, it's a 2 win! What? Oh, I didn't know you had to get groceries! Of course, I'll come pick you up! Now I'll have an excuse to get a mocha! Be there shortly! Love you! Excuse me ladies! I have to go rescue yonder queen at the Save Mart! She don't have many bags of delicious grub for us to be... You are ridiculous! You'll be grateful for that someday! Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund? Keys please! What do I do? Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! Aha! You can't hide from me forever! Now lock up and run me! Play nice! Try not to destroy too much of the house! And no Chloe and Max... William... ...you're not happy with me! Dad! What is that for a strange reality? Where am I now? Where am I now will sleep in my car? How long will this nightmare go on? Where am I now? My car's in my car? I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge You have the same qualities that I loved in Rachel Amber But not Max Max is a fucking child Oh Christ, I know And she never shuts up Does she? I'm so over her hipster bullshit I think everyone at Blackwell is over Max Let's prove it Booyah, Warren I thought you were all over Max's shit She's sure the hell not into me at all Who cares? I guess we're not her type Like Max has a fucking type But she does She's into Mr. Jefferson Now come here God damn you are a sexy bitch Why hang out with Max, huh? Boredom Plus, she's like my personal puppet I hear that Do you want a party? I got a drugstore in my room Oh shit Look at Max spying on us Take a fucking picture, bitch Or take a selfie See, this is how you bust a move, Max No mosh pit for you, shocker bra Damn, Victoria You're a real woman Not a little girl like Max I fucking love your tats, Chloe You're so hot I can't believe it took us so long to hook up Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them Rachel's dead and you're still alive Life is so not fair I wish she would have never come back to Arcadia Bay You're the real storm Gut Damit, Bam, beend ich diese Folge Was wir nun im Badezimmer machen Werden wir in der nächsten Folge sehen Bis dahin Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020